moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch eine neue geheime xp herausforderung zeigen leute für alle die ihr battle pass schnell leveln wollen oder die allgemein leveln wollen ihr geht dazu hier auf diese kleine insel ich markiere euch das mal auf der karte und zwar befindet sie sich genau hier unter dem b leute auf diese kleinen insel dann seht ihr hier schon 300 steine geben was ihr machen müsst einfach kurz 300 steine fahren heute ich mache das in gruppenkeile da geht es am ruhigsten und da fängt auch schon mit 150 material an und hier sind überall steine dann geht es ruckzuck ich habe meine 300 steine ihr geht einfach hin 300 steine geben und schon habt ihr 25.000 leute ja das war's mit dem video fahrzeug das video gefallen hat dann lasst mir doch ein like da schreibt mir die kommentare und für alle die noch kein abo da gelassen haben leute ihr könnt das gerne an dieser stelle an ansonsten bis zum nächsten mal